Und doch hat jeder Mensch ein genaues Gespür dafür, dass sie existiert. Alles in unserem Leben ist vom Gefühl für Zeit bestimmt. Allerdings müssen wir uns dabei engen Grenzen unterwerfen. Aber was, wenn wir diese Grenzen erweitern und die Zeit manipulieren? Wie würde sich die Welt verändern, wenn wir die Zeit beschleunigen? Und was würde sich uns eröffnen, wenn wir die Zeit abbremsen? Wir könnten immer neue und überraschende Dimensionen der Wirklichkeit entdecken. Doch unsere natürlichen Sinne eignen sich dafür nicht. Erst mit Hilfe von Technik können wir sichtbar machen, was außerhalb unserer menschlichen Wahrnehmung abläuft. Dazu brauchen wir hochempfindliche Zeitlupenkameras und ausgefeilte Zeitraffer-Systeme. Diese technischen Möglichkeiten erlauben uns, die Schwellen der Zeit zu übertreten. Dahinter eröffnet sich eine neue, fremde Realität. Eine Welt, in der Ereignisse sichtbar werden, die sonst vor uns verborgen bleiben. Entweder weil sie so langsam ablaufen, dass sie uns unveränderbar scheinen. Oder so schnell, dass sie im nächsten Augenblick schon lange wieder vorbei sind. Seit Jahrtausenden perfektioniert der Mensch die Messung von Zeit. Zu Anfang mithilfe der Sonne oder des Mondes. Schon unsere frühesten Vorfahren beobachteten die Gesetzmäßigkeiten der Sonnenbahn. Und sie errichteten Bauwerke, die den wandernden Schatten in eine Zeitangabe verwandelten. Das funktioniert recht genau, aber nur solange die Sonne scheint. Erst wetterunabhängige, mechanische Zeitmesser ermöglichten uns viele der großen Entdeckungen und Erfindungen. Diese regelmässig tickenden Uhrwerke prägten auch unsere Vorstellung von Zeitabläufen. Wir vertrauen so grundlegend auf den gleichmäßigen Rhythmus der Zeit, dass wir ihm alles in unserem Leben unterwerfen. Aber Zeit ist ein schwer fassbares Phänomen. Und wahrscheinlich existiert es gar nicht in der Weise, wie wir es empfinden. Vor einem Jahrhundert bewies Albert Einstein, dass Zeit relativ ist. Und jeder Fussballfan würde ihm sofort beipflichten. Denn die Wahrnehmung der Zeit ändert sich mit dem Spielverlauf. Kaum ist der Torjubel verebbt, beginnt das Bangen, ob die Führung über das Spiel in den verbleibenden Minuten zu halten ist. Dabei vergeht die Zeit quälend langsam. Für diese Hälfte des Stadions scheint das siegreiche Ende des Spiels eine Ewigkeit entfernt. Für die andere Hälfte der Fans nähert sich das Spielende viel zu schnell. Die Zeit scheint sich beschleunigt zu haben. Und sie wird mit jeder Minute ohne Ausgleichstreffer schneller. Doch dann, plötzlich, scheint die Zeit wieder fast stehen zu bleiben. Besonders wichtige Momente dauern immer etwas länger. Aber auch wenn wir Zeit manchmal als überraschend veränderlich empfinden, befindet sich in unserem Gehirn ein sehr präzises Instrument zur Messung von Zeiträumen im Sekunden- und Minutenbereich. Doch dieses Instrument gehört zu den am wenigsten erforschten Funktionen des Gehirns. Wenn wir selbst vergessen mit dem Finger vor uns hintrommeln, verfallen wir alle in etwa denselben Rhythmus. Ein Schlag etwa jede halbe Sekunde. Man könnte meinen, unser Gehirn hätte eine Art eingebautes Metronom. Verblüffenderweise existiert aber wahrscheinlich kein autonomer Schrittmacher im Gehirn, der diesen Takt vorgibt. Im Gegenteil, in den verschiedenen Arealen des Gehirns sind höchst unterschiedliche Rhythmen und Intervalle von Aktivität feststellbar. Doch ein Teil des Gehirns, das Triatum, erkennt in diesem Durcheinander offenbar wiederkehrende Muster. Und ordnet sie zu einem gemeinsamen Takt. Wie wenn ein Dirigent seine Orchestermusiker synchronisiert. Das menschliche Gehirn ist sehr gut darin, kleinste Abweichungen in Takten zu erkennen und sie mit anderen Rhythmusmustern in Beziehung zu setzen. Wenn eine Flamenco-Tänzerin und ihr Gitarrist während ihres Auftritts improvisieren, bleiben sie deshalb immer im Takt, auch wenn sich der Rhythmus ändert. Der Rhythmus, den unser Gehirn vorgibt, bestimmt auch unsere Zeitwahrnehmung. Die Umwelt wird von unseren Sinnesorganen nicht dauernd, sondern in Abständen abgetastet. Sonst würde die Informationsmenge zu groß. Diese Abtastrate hängt auch mit unserem Empfinden von Zeit zusammen. Wie oft wir Information aufnehmen, scheint sich mit dem Alter zu verändern. Die Rate, mit der wir die Welt abtasten, ist offenbar bei Kindern höher als bei Erwachsenen. Sie erleben sozusagen mehr pro Zeiteinheit. Vielleicht kommt uns auch deshalb als Kind dieselbe Zeitspanne länger vor als im Erwachsenenalter. Aber können wir unseren inneren Rhythmus verändern und damit die Wahrnehmung der Zeit? Bei fernöstlichen Kampfsportarten geschieht genau das. Die Kämpfer unterliegen einer veränderten Zeitwahrnehmung. Und können so besser auf die blitzartigen Bewegungen reagieren. Das ist der schnellste Schlag der Natur. Bei dieser Geschwindigkeit erreicht das Bein die 8000-fache Erdbeschleunigung. Und trifft die Muschel mit der Wucht einer Pistolenkugel. Aber die volle Kraft entfaltet der Krebs erst mit Hilfe von Luftbläschen. Durch die hohe Geschwindigkeit entsteht ein starker Unterdruck. Bläschen bilden sich und fallen wieder in sich zusammen. Dabei wird kurzfristig extrem viel Energie frei. Das erzeugt einen Knall. Und manchmal sogar einen Blitz und macht den Schlag durch diesen sogenannten Kavitationseffekt deutlich wirkungsvoller. Zeit, derart unter die Lupe zu nehmen, eröffnet viele neue Einblicke in die Natur. Aruanas leben in südamerikanischen Flüssen und besitzen eine ungewöhnliche Jagdtechnik. Sie schwimmen knapp unter der Wasseroberfläche und halten nach Insekten, Fröschen oder Echsen Ausschau. Wenn sie etwas viel Versprechendes auf einem Ast sitzen sehen, sprengen sie bis zu zwei Meter hoch aus dem Wasser mit tödlicher Treffsicherheit. Doch die Zielgenauigkeit des Schützenfisches ist nicht zu übertreffen. Auch er hat es auf Beute über der Wasseroberfläche abgesehen. Aber er erlegt sie mit einer unglaublichen Methode. Er erzeugt einen Wasserstrahl, der auf fast zwei Meter jedes Insekt trifft. Erst in hundertfacher Zeitlupe konnten Wissenschaftler beobachten, wie der Schützenfisch das genau macht. Zunächst sucht er eine gute Schussposition. Beim Zielen kalkuliert er die Lichtbrechung an der Wasseroberfläche mit ein. Die Lippen des Schützenfisches sind nicht sehr beweglich. Er muss seinen ganzen Körper auf das Ziel ausrichten. Mit Zunge und Gaumen formt er den Lauf seiner Wasserpistole. Für den nötigen Druck sorgt eine kräftige Kontraktion der Kiemenmuskeln. Seeteufel arbeiten mit dem umgekehrten Prinzip. Sie reissen ihr Maul so schnell auf, dass der entstehende Unterdruck alles im Umkreis einsaugt. Chameleons sind ebenfalls äusserst exakte und schnelle Schützen. Ihre Beute hat blitzartige Reflexe und kann sich mit einem Sprung mühelos aus der Reichweite katapultieren. Aber die Zunge des Chameleons ist schneller und damit zu schnell für reine Muskelkraft. Die Zunge besteht aus hochelastischen Fasern, die durch Muskelkraft langsam gespannt werden. Löst das Chameleon die Spannung, schnallst die Zunge vor. Wie der Pfeil eines Bogenschützen. Aber es gibt noch flinkere Zungen, vor allem unter den Kröten. War da was? Die hundertfache Zeitlupe zeigt den Trick. Die Zunge ist ebenfalls elastisch, zusätzlich aber für den besonders prompten Einsatz, ganz vorne im Maul befestigt. Laut Labortest hatte die Colorado-Kröte die schnellste Zunge der Welt. Bis vor kurzem. Jetzt trägt diesen Titel ein Salamander. Moderne Hochgeschwindigkeitsfotografie zeigt uns neue, unbekannte Facetten der Natur. Aber Wissenschaftler benutzten die Technik der Fotografie schon bald nach deren Erfindung, um die Zeit unter die Lupe zu nehmen. Einer dieser Pioniere war der Fotograf Edward Muybridge. Im Jahr 1877 versuchte Muybridge herauszufinden, ob ein galoppierendes Pferd zu irgendeinem Zeitpunkt alle vier Beine in der Luft hat. Um zu erkennen, was mit freiem Auge unsichtbar ist, benutzte er 24 hintereinander postierte Kameras, jede einen Sekundenbruchteil nach der anderen ausgelöst. Muybridge konnte so beweisen, dass ein Pferd im Galopp immer für einen kurzen Moment ganz in der Luft war. Muybridge sah seine Aufnahmen als Serie von Einzelbildern. Doch eigentlich hatte er den ersten Zeitlupenfilm der Geschichte gemacht. Nur wenige Jahre nach Muybridge's Experiment waren solche Bilderfolgen der letzte Schrei. Und alles begann mit einem Niesanfall. Ende des 19. Jahrhunderts machte Thomas Edison Fotoserien von einem niesenden Mann namens Fred Ott. Die Bilder waren für seine neueste Erfindung bestimmt, das Kinetoskop. Mit dieser Maschine konnten Einzelbilder so schnell nacheinander gezeigt werden, dass sie eine kontinuierliche Bewegung ergaben. Maschinen, die Bilder zu filmen verschmolzen, gab es schon länger. Das Zoetrop etwa wurde schon 60 Jahre zuvor erfunden. All diese Vorrichtungen machten sich die Grenzen unserer Wahrnehmung zunutze. Ab einer bestimmten Bildfrequenz können wir keine Einzelbilder mehr erkennen. Eine Fliege wäre auf diesen Trick nie hereingefallen. Aber das Publikum war fasziniert von Fred Ott's Schnupftabak-Szene. Wegen des großen Erfolgs machte Edison weitere Filme. Er fing dabei auch die letzten Momente des Wilden Westens ein. Die berühmte Kunstschützin Annie Oakley ebenso wie den Geistertanz der Sue. Und die Vorführung des ersten Filmkurses in bewegten Bildern sorgte für ziemliche Aufregung. Kameras und Projektoren entwickelten sich schnell weiter. Filme konnten bald vor größerem Publikum vorgeführt werden. Und die Kameras konnten mit immer höherer Geschwindigkeit aufnehmen, um die Zeit weiter zu dehnen. Heute brauchen Kameras keinen Film mehr. Diese Kamera erzeugt 10.000 Bilder pro Sekunde und zeichnet auf eine Computerfestplatte auf. Damit können wir die Zeit um das 400-fache verlangsamen. Edward Muybridge hätte seine Freude damit gehabt. Denn obwohl er seine Bilder nicht als Film begriff, hatte er etwas Wichtiges geleistet. Er war einer der ersten, die erkannten, dass die Manipulation der Zeit uns neue Einsichten in die Realität verschafft. Inzwischen existieren Kameras, die die Zeit noch mehr verlangsamen. Mehr als eine Million Mal. Nur so wird sichtbar, was bei extrem hohen Geschwindigkeiten vor sich geht. Im Jahr 2003 wurde das NASA Space Shuttle-Programm von einer Katastrophe getroffen. Nach einer planmässig verlaufenen Mission trat die Columbia wieder in die Erdatmosphäre ein. Die Reibungsenergie liess die Raumfähre so hell wie die Venus erstrahlen, als sie den Himmel über Nevada durchquerte. Einige Minuten später, über Texas, brach sie völlig überraschend auseinander und löste sich in verglühende Trümmer auf. Im Kontrollzentrum in Houston konnte man erst mit Verzögerung wirklich glauben, was die Instrumente anzeigten. Wie konnte das geschehen? Als die NASA-Wissenschaftler das Material einer jener Zeitlupenkameras untersuchten, die jeden Start beobachten, fiel ihnen etwas auf. Ein Stück Isoliermaterial hatte die Tragfläche getroffen. Aber konnte ein kleines Stück Schaumstoff einen solchen Schaden anrichten? Die NASA-Experten beschossen das Hitzeschildmaterial mit kleinen Schaumstoffblöcken und filmten den Vorgang mit Zeitlupenkameras. Durch die hohe Fluggeschwindigkeit des Shuttle wirkte der Schaumstoff wie ein Geschoss. Selbst Streiftreffer rissen klaffende Löcher. Die Fähigkeit, Zeit zu manipulieren, ermöglichte den NASA-Leuten, die entscheidenden Bauteile des Shuttle neu zu konstruieren. Und drei Jahre später startete wieder eine Raumfähre zu einer neuen Mission. Mittlerweile wird jeder Start von dutzenden Zeitlupenkameras überwacht, um Defekte aufzuspüren, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Aber die Zeitlupe deckt nicht nur verborgene Schwächen auf. Sie offenbart auch die Schönheiten jenseits unserer Zeitwahrnehmung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch manche Vorgänge sind sogar für unsere leistungsfähigsten Kameras zu schnell. Etwa wenn hunderte Millionen Feuerwerke in einem einzigen Augenblick stattfinden. Sie entstehen, wenn Elementarteilchen, die Protonen, aufeinandergeschossen werden, um herauszufinden, woraus sie aufgebaut sind. Das Spektakel ist allerdings sehr kurzlebig. Einige der Teilchen existieren nur eine Zehntelmilliardste Sekunde. Je heftiger die Protonen aufeinandertreffen, desto spektakulärer das Ergebnis. Hier entsteht der große Hadronenbeschleuniger der Europäischen Kernforschungsorganisation CERN. Dazu wird ein 27 Kilometer langer Ringtunnel in den Fels unter der schweizerisch-französischen Grenze getrieben. Mit diesem Ring aus supraleitenden Hochleistungsmagneten können Protonen mit mehr Kraft aufeinandergeschossen werden als je zuvor. Einige Wissenschaftler glauben sogar, bei diesen Kollisionen könnten sogenannte Wurmlöcher entstehen. Kleine Tunnel in der Raumzeit, durch die Elementarteilchen theoretisch vor und zurück durch die Zeit reisen könnten. Ein Protonen braucht nur eine Zehntausendstel Sekunde, um durch den Ringtunnel zu rasen. Wobei es zwischen Frankreich und der Schweiz hin und her flitzt. Wenn die Protonen aufeinanderprallen, haben sie fast Lichtgeschwindigkeit erreicht. Licht erreicht die schnellste Geschwindigkeit, die im Universum möglich ist. Nichts kann schneller sein. Oder doch? In den kleinsten Maßstäben scheinen andere Gesetze zu gelten. So ist es möglich, dass ein Teilchen auf eine Seite eines Hindernisses trifft und gleichzeitig auf der anderen Seite erscheint. Kölner Wissenschaftler haben Mikrowellen durch ein 12 Zentimeter dickes Hindernis mit Überlichtgeschwindigkeit geschickt. Die Wellen übertrugen sogar Informationen. Einen Teil von Mozarts 40. Symphonie. Selbst wenn wir solche Ereignisse verlangsamen könnten, müssten wir Milliarden Jahre leben, um sie mit unserer Wahrnehmung zu beobachten. Viel in unserer Welt bleibt uns verborgen, weil es zu schnell abläuft. Während eines Liedschlags macht eine Fliege 20 Flügelschläge. Fängt ein Salamander seine Mahlzeit? Oder finden Millionen von Partikelfeuerwerken statt? Aber mit technischen Mitteln können wir auch Vorgänge sichtbar machen, die für unsere Wahrnehmung zu langsam sind. Um diese Vorgänge zu beobachten, müssen wir den Zeitablauf beschleunigen. Pflanzen besitzen wie wir eine eigene Zeitwahrnehmung. Sie erkennen die Veränderung der Tageslänge im Laufe eines Jahres. Damit bestimmen sie den Zeitpunkt der Blüte. Und einige Pflanzen blühen sogar zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Welt der Pflanzen wirkt selbst bei starker Beschleunigung. Beschaulich und langsam. Ganz im Gegensatz zu unserer. Musik 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 In dieser Geschwindigkeit betrachtet wachsen Städte vor unseren Augen, als wären sie lebendig. Im Maßstab von Tagen, Monaten oder Jahren zeigen sich auch in der Natur ganz eigene Gesetzmäßigkeiten. Viele sind durch die Abfolge von Tag und Nacht vorgegeben. Musik 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 Durch die Drehung der Erdachse scheinen Sonne und Mond auf- und unterzugehen. Musik Doch die Bewegung der Himmelskörper verursacht noch viele andere Phänomene. Musik Die Gravitationskräfte von Sonne und Mond wirken auf die gesamte Erde. Aber nur die Wasserkörper zeigen dadurch eine sichtbare Formveränderung. Ebbe und Flut. Musik Die Form der Ozeanbecken beeinflusst den Verlauf und die Höhe der Gezeiten. Eine der größten Tidenhübe zeigt sich an der südwestlichen Küste Englands, wobei Flut das Wasser um mehr als 10 Meter ansteigt. Musik Die Kreisbahnen von Erde, Mond und Sonne bilden einen sehr komplexen Bewegungsablauf. Während etwa eines Monats umrundet der Mond die Erde, wodurch er jede Nacht an einem anderen Punkt des Horizonts erscheint und unterschiedlich von der Sonne beleuchtet wird. Musik Im Verlauf des Monats durchläuft er einen vollen Zyklus von Vollmond über Neumond bis zum nächsten Vollmond. Die Veränderung der Stellung von Mond und Sonne wirkt sich auch auf die Gezeiten aus. Musik Wenn Sonne und Mond im rechten Winkel zueinander stehen und der Mond nur halb beleuchtet erscheint, herrscht Nippflut. Musik Musik Einige Lebewesen registrieren diese Veränderungen. Die urtümlichen Feinschwanzkrebse verfolgen die Zyklen des Mondes bereits seit hunderten Millionen Jahren. Musik Sie legen ihre Eier am Strand ab, um sie vor räuberischen Fischen zu schützen. Für die Eiablage warten sie auf die Zeit der Springfluten. Dadurch bleiben ihre Eier bis zur nächsten Springflut sicher im Sand vergraben. Musik Musik Wir Menschen mussten viel forschen und experimentieren, ehe wir Sekunden und Minuten genau messen konnten. Die genaue Länge von Monaten und Jahren zu bestimmen, war aber mindestens ebenso knifflig. Musik Durch die komplizierte Mechanik zwischen den Himmelskörpern erwies sich die Entwicklung von Kalendern als tückisch. Musik Einige Zeitrechnungen beruhen auf dem Mondzyklus, so wie der islamische Kalender, der aus zwölf Mondmonaten besteht, von denen jeder mit dem Aufgehen des Halbmondes beginnt. Musik Nach diesem Kalender werden religiöse Feste und Feiertage festgelegt. Andere Systeme, wie der gregorianische Kalender, der in der westlichen Welt seit 1582 verwendet wird, beruhen auf unserer alljährlichen Sonnenumrundung. Solche Kalender sind wesentlich besser auf den Jahreszeitenzyklus abgestimmt. Musik Da eine Runde um die Sonne aber die unpraktische Eigenschaft hat, ein paar Stunden mehr als 365 Tage zu dauern, wird seit Julius Cäsar alle vier Jahre ein zusätzlicher Schalttag eingefügt. Musik Leider passt er aber auch diese Regel noch nicht ganz zu den Vorgängen im Weltall. Damit der Kalender noch präziser dem astronomischen Jahr entspricht, lässt man seit Papst Gregor XIII. den Schalttag alle 100 Jahre einmal ausfallen. Musik Kalender, die den Wechsel der Jahreszeiten vorhersehbar machten, erlaubten uns, den Anbau von Feldfrüchten besser zu planen. Musik Und die Herrscher wussten dank des Kalenders immer ganz genau, wann die Steuern fällig waren. Musik Mond- und Sonnenkalender sind schwer in Einklang zu bringen. Der islamische Kalender ist um etwa elf Tage kürzer als das Sonnenjahr. Feiertage wandern deshalb durch die Jahreszeiten. Um das zu verhindern, schaltet etwa der jüdische Kalender alle paar Jahre einen zusätzlichen Monat ein. Musik Dennoch stimmen die Rhythmen von Sonne und Mond erstaunlicherweise überein. Aber nur einmal, alle 19 Jahre. Musik Über diesen Zeitraum verändert sich die Position des Mondes im Verhältnis zu den Fixsternen. Musik Aber alle 19 Jahre kehrt er auf denselben Punkt zurück und vollendet den sogenannten mettonischen Zyklus. Dieser Zyklus spielt auch in der komplizierten Berechnung des Osterdatums eine Rolle, die sowohl Sonnen- als auch Mondzyklen folgt. Demnach ist Ostersonntag immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Musik In solchen Zeitspannen betrachtet verändert sich die Welt auf überraschende Weise. Musik Auf der Oberfläche dieses Bronze-Denkmals entsteht durch Feuchtigkeit eine grüne Patina. Verantwortlich dafür sind Kristalle, die sich über Jahre auf der Metalloberfläche bilden. Wir können heute dieses Kristallwachstum sichtbar machen, auch wenn es 20 Jahre und mehr dauert. Musik Wir können sogar Zeugen noch größerer Zeitspannen werden. Und das nicht nur im mikroskopischen Maßstab. Betrachtet man die Erde über den Verlauf von zehntausenden Jahren, werden dramatische Veränderungen erkennbar. Verantwortlich dafür ist ein Taumeln der Erdachse, das uns einen turbulenten Flug um die Sonne beschert. Dieses Taumeln durchläuft einen Zyklus von 25.800 Jahren. Zugleich wandert der Neigungswinkel der Erdachse im Verlauf von 41.000 Jahren hin und her. Und diese beiden Bewegungen werden noch von einer weiteren überlagert. Die Form der Erdbahn um die Sonne verändert sich in einem Zyklus von 100.000 Jahren. Zusammen führen diese Bewegungen dazu, dass zu manchen Zeiten eine Halbkugel weniger Sonnenstrahlung erhält, wodurch die Eiskappe am Pool wächst. Und dann wieder abschmelzt, wenn mehr Sonnenenergie auftrifft. Diese sogenannten Milankovic-Zyklen haben die Erdgeschichte seit hunderttausenden Jahren geprägt. Eiszeiten wechselten immer wieder mit Warnperioden ab. Damit veränderten sich auch die natürlichen Lebensräume. Wälder verwandelten sich in Buschland oder in Tundra. Dehnen wir unseren Beobachtungszeitraum auf mehrere Millionen Jahre aus, zeigt sich, dass die Veränderung nicht nur die Lebensräume betrifft. Auch die Kontinente sind ständig in Bewegung. Mit derselben Geschwindigkeit, wie unsere Fingernägel wachsen. Die Bewegung der Erdkruste unter dem Pazifik, der grössten tektonischen Platte, erzeugt ringsum heftige geologische Aktivität. Im extremen Zeitraffer betrachtet, würde der Rand der pazifischen Platte vor Vulkanausbrüchen glühen. Aber was, wenn wir noch längere Zeiträume beobachten könnten? Wir würden Zeugen eines Spektakels intergalaktischer Grössenordnung. Es braucht die leistungsfähigsten Supercomputer, um Bewegungsabläufe dieser Komplexität zu errechnen. Beginnend in zwei Milliarden Jahren wird unsere Milchstrasse mit der Nachbargalaxie, dem Andromedanebel, zusammenstossen. Galaxien bestehen hauptsächlich aus Raum. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass einzelne Sterne kollidieren. Allerdings wird die Schwerkraft die Millionensternensysteme neu ordnen. Bis nach weiteren Jahrmilliarden eine neue, gemeinsame Galaxie entstanden ist. Ist damit die Grenze unserer Vorstellung von Zeit erreicht? Viele Wissenschaftler erwarten, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Wenn Materie und Energie so weiträumig verteilt sind, dauert jedes Ereignis unvorstellbar lang. Ein solches Universum könnte einmal sogar gänzlich verschwinden oder plötzlich in einen anderen Zustand übertreten. Vielleicht entsteht dann daraus ein neues Universum mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten von Zeit und Raum. Doch das liegt jenseits der Grenzen unserer Vorstellungskraft. Auch wenn die Technik uns erlaubt, die Beschränkungen unserer Zeitwahrnehmung immer weiter auszudehnen. Und uns immer neue und überraschende Dimensionen der Wirklichkeit entdecken lässt. Musik Zeit. Sie ist nicht greifbar. Und doch hat jeder Mensch ein genaues Gespür dafür, dass sie existiert. Alles in unserem Leben ist vom Gefühl für Zeit bestimmt. Allerdings müssen wir uns dabei engen Grenzen unterwerfen. Aber was, wenn wir diese Grenzen erweitern und die Zeit manipulieren? Wie würde sich die Welt verändern, wenn wir die Zeit beschleunigen? Und was würde sich uns eröffnen, wenn wir die Zeit abbremsen? Wir könnten immer neue und überraschende Dimensionen der Wirklichkeit entdecken. Doch unsere natürlichen Sinne eignen sich dafür nicht. Erst mit Hilfe von Technik können wir sichtbar machen, was außerhalb unserer menschlichen Wahrnehmung abläuft. Dazu brauchen wir hochempfindliche Zeitlupenkameras und ausgefeilte Zeitraffer-Systeme. Diese technischen Möglichkeiten erlauben uns, die Schwellen der Zeit zu übertreten. Dahinter eröffnet sich eine neue, fremde Realität. Eine Welt, in der Ereignisse sichtbar werden, die sonst vor uns verborgen bleiben. Entweder weil sie so langsam ablaufen, dass sie uns unveränderbar scheinen. Oder so schnell, dass sie im nächsten Augenblick schon lange wieder vorbei sind. Seit Jahrtausenden perfektioniert der Mensch die Messung von Zeit. Zu Anfang mithilfe der Sonne oder des Mondes. Schon unsere frühesten Vorfahren beobachteten die Gesetzmäßigkeiten der Sonnenbahn. Und sie errichteten Bauwerke, die den wandernden Schatten in eine Zeitangabe verwandelten. Das funktioniert recht genau, aber nur solange die Sonne scheint. Erst wetterunabhängige, mechanische Zeitmesser ermöglichten uns viele der großen Entdeckungen und Erfindungen. Diese regelmäßig tickenden Uhrwerke prägten auch unsere Vorstellung von Zeitabläufen. Wir vertrauen so grundlegend auf den gleichmässigen Rhythmus der Zeit, dass wir ihm alles in unserem Leben unterwerfen. Aber Zeit ist ein schwer fassbares Phänomen. Und wahrscheinlich existiert es gar nicht in der Weise, wie wir es empfinden. Vor einem Jahrhundert bewies Albert Einstein, dass Zeit relativ ist. Und jeder Fussballfan würde ihm sofort beipflichten. Denn die Wahrnehmung der Zeit ändert sich mit dem Spielverlauf. Kaum ist der Torjubel verebbt, beginnt das Bangen, ob die Führung über das Spiel in den verbleibenden Minuten zu halten ist. Dabei vergeht die Zeit quälend langsam. Für diese Hälfte des Stadions scheint das siegreiche Ende des Spiels eine Ewigkeit entfernt. Für die andere Hälfte der Fans nähert sich das Spielende viel zu schnell. Die Zeit scheint sich beschleunigt zu haben. Und sie wird mit jeder Minute ohne Ausgleichstreffer schneller. Doch dann, plötzlich, scheint die Zeit wieder fast stehen zu bleiben. Besonders wichtige Momente dauern immer etwas länger. Ein Wasserstrahl, der auf fast zwei Meter jedes Insekt trifft. Erst in hundertfacher Zeitlupe konnten Wissenschaftler beobachten, wie der Schützenfisch das genau macht. Zunächst suchte er eine gute Schussposition. Beim Zielen kalkuliert er die Lichtbrechung an der Wasseroberfläche mit ein. Die Lippen des Schützenfisches sind nicht sehr beweglich. Er muss seinen ganzen Körper auf das Ziel ausrichten. Mit Zunge und Gaumen formte er den Lauf seiner Wasserpistole. Für den nötigen Druck sorgt eine kräftige Kontraktion der Kiemenmuskeln. Seeteufel arbeiten mit dem umgekehrten Prinzip. Sie reissen ihr Maul so schnell auf, dass der entstehende Unterdruck alles im Umkreis einsaugt. Chameleons sind ebenfalls äusserst exakte und schnelle Schützen. Ihre Beute hat blitzartige Reflexe und kann sich mit einem Sprung mühelos aus der Reichweite katapultieren. Aber die Zunge des Chameleons ist schneller und damit zu schnell für reine Muskelkraft. Die Zunge besteht aus hochelastischen Fasern, die durch Muskelkraft langsam gespannt werden. Löst das Chamäleon die Spannung, schnallst die Zunge vor, wie der Pfeil eines Bogenschützen. Aber es gibt noch flinkere Zungen, vor allem unter den Kröten. War da was? Die hundertfache Zeitlupe zeigt den Trick. Die Zunge ist ebenfalls elastisch, zusätzlich aber für den besonders prompten Einsatz, ganz vorne im Maul befestigt. Laut Labortest hatte die Colorado-Kröte die schnellste Zunge der Welt. Bis vor kurzem. Jetzt trägt diesen Titel ein Salamander. Moderne Hochgeschwindigkeitsfotografie zeigt uns neue, unbekannte Facetten der Natur. Aber Wissenschaftler benutzten die Technik der Fotografie schon bald nach deren Erfindung, um die Zeit unter die Lupe zu nehmen. Einer dieser Pioniere war der Fotograf Edward Muybridge. Im Jahr 1877 versuchte Muybridge herauszufinden, ob ein galoppierendes Pferd zu irgendeinem Zeitpunkt alle vier Beine in der Luft hat. Um zu erkennen, was mit freiem Auge unsichtbar ist, benutzte er 24 hintereinander postierte Kameras, jede einen Sekundenbruchteil nach der anderen ausgelöst. Muybridge konnte so beweisen, dass ein Pferd im Galopp immer für einen kurzen Moment ganz in der Luft war. Muybridge sah seine Aufnahmen als Serie von Einzelbildern. Doch eigentlich hatte er den ersten Zeitlupenfilm der Geschichte gemacht. Nur wenige Jahre nach Muybridge's Experiment waren solche Bilderfolgen der letzte Schrei. Und alles begann mit einem Niesanfall. Ende des 19. Jahrhunderts machte Thomas Edison Fotoserien von einem niesenden Mann namens Fred Ott. Die Bilder waren für seine neueste Erfindung bestimmt, das Kinetoskop. Mit dieser Maschine konnten Einzelbilder so schnell nacheinander gezeigt werden, dass sie eine kontinuierliche Bewegung ergaben. Maschinen, die Bilder zu filmen, verschmolzen, gab es schon länger. Das Zoetrop etwa wurde schon 60 Jahre zuvor erfunden. All diese Vorrichtungen machten sich die Grenzen unserer Wahrnehmung zunutze. Ab einer bestimmten Bildfrequenz können wir keine Einzelbilder mehr erkennen. Eine Fliege wäre auf diesen Trick nie hereingefallen. Aber das Publikum war fasziniert von Fred Ott's Schnupftabak-Szene. Wegen des großen Erfolgs machte Edison weitere Filme. Er fing dabei auch die letzten Momente des Wilden Westens ein. Die berühmte Kunstschützin Annie Oakley ebenso wie den Geistertanz der Sue. Und die Vorführung des ersten Filmkurses in bewegten Bildern sorgte für ziemliche Aufregung. Kameras und Projektoren entwickelten sich schnell weiter. Filme konnten bald vor größerem Publikum vorgeführt werden. Und die Kameras konnten mit immer höherer Geschwindigkeit aufnehmen, um die Zeit weiter zu dehnen. Heute brauchen Kameras keinen Film mehr. Diese Kamera erzeugt 10.000 Bilder pro Sekunde und zeichnet auf eine Computerfestplatte auf. Damit können wir die Zeit um das 400-fache verlangsamen. Edward Mybridge hätte seine Freude damit gehabt. Denn obwohl er seine Bilder nicht als Film begriff, hatte er etwas Wichtiges geleistet. Er war einer der ersten, die erkannten, dass die Manipulation der Zeit uns neue Einsichten in die Realität verschafft. Inzwischen existieren Kameras, die die Zeit noch mehr verlangsamen. Mehr als eine Million Mal. Nur so wird sichtbar, was bei extrem hohen Geschwindigkeiten vor sich geht. Im Jahr 2003 wurde das NASA Space Shuttle-Programm von einer Katastrophe getroffen. Nach einer planmässig verlaufenden Mission trat die Columbia wieder in die Erdatmosphäre ein. Die Reibungsenergie ließ die Raumfähre so hell wie die Venus erstrahlen, als sie den Himmel über Nevada durchquerte. Einige Minuten später, über Texas, brach sie völlig überraschend auseinander und löste sich in verglühende Trümmer auf. Im Kontrollzentrum in Houston konnte man erst mit Verzögerung wirklich glauben, was die Instrumente anzeigten. Wie konnte das geschehen? Als die NASA-Wissenschaftler das Material einer jener Zeitlupenkameras untersuchten, die jeden Start beobachten, fiel ihnen etwas auf. Ein Stück Isoliermaterial hatte die Tragfläche getroffen. Aber konnte ein kleines Stück Schaumstoff einen solchen Schaden anrichten? Die NASA-Experten beschossen das Hitzeschildmaterial mit kleinen Schaumstoffblöcken und filmten den Vorgang mit Zeitlupenkameras. Durch die hohe Fluggeschwindigkeit des Shuttle wirkte der Schaumstoff wie ein Geschoss. Selbst Streiftreffer rissen klaffende Löcher. Die Fähigkeit, Zeit zu manipulieren, ermöglichte den NASA-Leuten, die entscheidenden Bauteile des Shuttle neu zu konstruieren. Und drei Jahre später startete wieder eine Raumfähre zu einer neuen Mission. Mittlerweile wird jeder Start von dutzenden Zeitlupenkameras überwacht, um Defekte aufzuspüren, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Aber die Zeitlupe deckt nicht nur verborgene Schwächen auf. Sie offenbart auch die Schönheiten jenseits unserer Zeitwahrnehmung. Aber auch wenn wir Zeit manchmal als überraschend veränderliche Menschen sehen, befindet sich in unserem Gehirn ein sehr präzises Instrument zur Messung von Zeiträumen im Sekunden- und Minutenbereich. Doch dieses Instrument gehört zu den am wenigsten erforschten Funktionen des Gehirns. Wenn wir selbst vergessen mit dem Finger vor uns hintrommeln, verfallen wir alle in etwa denselben Rhythmus. Ein Schlag etwa jede halbe Sekunde. Man könnte meinen, unser Gehirn hätte eine Art eingebautes Metronom. Verblüffenderweise existiert aber wahrscheinlich kein autonomer Schrittmacher im Gehirn, der diesen Takt vorgibt. Im Gegenteil, in den verschiedenen Arealen des Gehirns sind höchst unterschiedliche Rhythmen und Intervalle von Aktivität feststellbar. Doch ein Teil des Gehirns, das Triatum, erkennt in diesem Durcheinander offenbar wiederkehrende Muster. Und ordnet sie zu einem gemeinsamen Takt. Wie wenn ein Dirigent seine Orchestermusiker synchronisiert. Das menschliche Gehirn ist sehr gut darin, kleinste Abweichungen in Takten zu erkennen und sie mit anderen Rhythmusmustern in Beziehung zu setzen. Wenn eine Flamenco-Tänzerin und ihr Gitarrist während ihres Auftritts improvisieren, bleiben sie deshalb immer im Takt, auch wenn sich der Rhythmus ändert. Der Rhythmus, den unser Gehirn vorgibt, bestimmt auch unsere Zeitwahrnehmung. Die Umwelt wird von unseren Sinnesorganen nicht dauernd, sondern in Abständen abgetastet. Sonst würde die Informationsmenge zu groß. Diese Abtastrate hängt auch mit unserem Empfinden von Zeit zusammen. Wie oft wir Information aufnehmen, scheint sich mit dem Alter zu verändern. Die Rate, mit der wir die Welt abtasten, ist offenbar bei Kindern höher als bei Erwachsenen. Sie erleben sozusagen mehr pro Zeiteinheit. Vielleicht kommt uns auch deshalb als Kind dieselbe Zeitspanne länger vor, als im Erwachsenenalter. Aber können wir unseren inneren Rhythmus verändern und damit die Wahrnehmung der Zeit? Bei fernöstlichen Kampfsportarten geschieht genau das. Die Kämpfer unterliegen einer veränderten Zeitwahrnehmung. Und können so besser auf die blitzartigen Bewegungen reagieren. Das ist der schnellste Schlag der Natur. Bei dieser Geschwindigkeit erreicht das Bein die 8000-fache Erdbeschleunigung. Und trifft die Muschel mit der Wucht einer Pistolenkugel. Aber die volle Kraft entfaltet der Krebs erst mit Hilfe von Luftbläschen. Durch die hohe Geschwindigkeit entsteht ein starker Unterdruck. Bläschen bilden sich und fallen wieder in sich zusammen. Dabei wird kurzfristig extrem viel Energie frei. Das erzeugt einen Knall. Und manchmal sogar einen Blitz und macht den Schlag durch diesen sogenannten Kavitationseffekt deutlich wirkungsvoller. Zeit, derart unter die Lupe zu nehmen, eröffnet viele neue Einblicke in die Natur. Aruanas leben in südamerikanischen Flüssen und besitzen eine ungewöhnliche Jagdtechnik. Sie schwimmen knapp unter der Wasseroberfläche und halten nach Insekten, Fröschen oder Echsen Ausschau. Wenn sie etwas vielversprechendes auf einem Ast sitzen sehen, sprengen sie bis zu zwei Meter hoch aus dem Wasser mit tödlicher Treffsicherheit. Doch die Zielgenauigkeit des Schützenfisches ist nicht zu übertreffen. Auch er hat es auf Beute über der Wasseroberfläche abgesehen. Aber er erlegt sie mit einer unglaublichen Methode. Er erzeugt eine... Er erzeugt eine... Das war's. Doch manche Vorgänge sind sogar für unsere leistungsfähigsten Kameras zu schnell. Etwa wenn hunderte Millionen Feuerwerke in einem einzigen Augenblick stattfinden. Sie entstehen, wenn Elementarteilchen wie Protonen aufeinandergeschossen werden, um herauszufinden, woraus sie aufgebaut sind. Das Spektakel ist allerdings sehr kurzlebig. Einige der Teilchen existieren nur eine Zehntelmilliardste Sekunde. Je heftiger die Protonen aufeinandertreffen, desto spektakulärer das Ergebnis. Hier entsteht der große Hardrohnenbeschleuniger der Europäischen Kernforschungsorganisation CERN. Dazu wird ein 27 Kilometer langer Ringtunnel in den Fels unter der schweizerisch-französischen Grenze getrieben. Mit diesem Ring aus supraleitenden Hochleistungsmagneten können Protonen mit mehr Kraft aufeinandergeschossen werden als je zuvor. Einige Wissenschaftler glauben sogar, bei diesen Kollisionen könnten sogenannte Wurmlöcher entstehen. Kleine Tunnel in der Raumzeit, durch die Elementarteilchen theoretisch vor und zurück durch die Zeit reisen könnten. Ein Protonen braucht nur eine Zehntausendstel Sekunde, um durch den Ringtunnel zu rasen, wobei es zwischen Frankreich und der Schweiz hin und her flitzt. Wenn die Protonen aufeinanderprallen, haben sie fast Lichtgeschwindigkeit erreicht. Licht erreicht die schnellste Geschwindigkeit, die im Universum möglich ist. Nichts kann schneller sein. Oder doch? In den kleinsten Maßstäben scheinen andere Gesetze zu gelten. So ist es möglich, dass ein Teilchen auf eine Seite eines Hindernisses trifft und gleichzeitig auf der anderen Seite erscheint. Kölner Wissenschaftler haben Mikrowellen durch ein 12 Zentimeter dickes Hindernis mit Überlichtgeschwindigkeit geschickt. Die Wellen übertrugen sogar Informationen. Einen Teil von Mozarts 40. Symphonie. Selbst wenn wir solche Ereignisse verlangsamen könnten, müssten wir Milliarden Jahre leben, um sie mit unserer Wahrnehmung zu beobachten. Viel in unserer Welt bleibt uns verborgen, weil es zu schnell abläuft. Während eines Liedschlags macht eine Fliege 20 Flügelschläge. Fängt ein Salamander seine Mahlzeit? Oder finden Millionen von Partikelfeuerwerken statt? Aber mit technischen Mitteln können wir auch Vorgänge sichtbar machen, die für unsere Wahrnehmung zu langsam sind. Um diese Vorgänge zu beobachten, müssen wir den Zeitablauf beschleunigen. Pflanzen besitzen wie wir eine eigene Zeitwahrnehmung. Sie erkennen die Veränderung der Tageslänge im Laufe eines Jahres. Damit bestimmen sie den Zeitpunkt der Blüte. Und einige Pflanzen blühen sogar zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Welt der Pflanzen wirkt selbst bei starker Beschleunigung. Beschaulich und langsam. Ganz im Gegensatz zu unserer. Die Welt der Pflanzen Musik In dieser Geschwindigkeit betrachtet, wachsen Städte vor unseren Augen, als wären sie lebendig. Im Maßstab von Tagen, Monaten oder Jahren zeigen sich auch in der Natur ganz eigene Gesetzmässigkeiten. Viele sind durch die Abfolge von Tag und Nacht vorgegeben. Musik 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 Durch die Drehung der Erdachse scheinen Sonne und Mond auf. Die Bewegung der Himmelskörper verursacht noch viele andere Phänomene. Musik Die Gravitationskräfte von Sonne und Mond wirken auf die gesamte Erde. Aber nur die Wasserkörper zeigen dadurch eine sichtbare Formveränderung. Ebbe und Flut. Musik Die Form der Ozeanbecken beeinflusst den Verlauf und die Höhe der Gezeiten. Eine der größten Tidenhübe zeigt sich an der südwestlichen Küste Englands, wobei Flut das Wasser um mehr als 10 Meter ansteigt. Musik Die Kreisbahnen von Erde, Mond und Sonne bilden einen sehr komplexen Bewegungsablauf. Während etwa eines Monats umrundet der Mond die Erde, wodurch er jede Nacht an einem anderen Punkt des Horizonts erscheint und unterschiedlich von der Sonne beleuchtet wird. Musik Im Verlauf des Monats durchläuft er einen vollen Zyklus von Vollmond über Neumond bis zum nächsten Vollmond. Die Veränderung der Stellung von Mond und Sonne wirkt sich auch auf die Gezeiten aus. Musik Wenn bei Voll- oder Neumond Sonne und Mond in einer Linie stehen, steigt das Wasser höher. Dann herrscht Springflut. Wenn Sonne und Mond im rechten Winkel zueinander stehen und der Mond nur halb beleuchtet erscheint, herrscht Nippflut. Musik Musik Einige Lebewesen registrieren diese Veränderungen. Die urtümlichen Feinschwanzkrebse verfolgen die Zyklen des Mohnes bereits seit hunderten Millionen Jahren. Sie legen ihre Eier am Strand ab, um sie vor räuberischen Fischen zu schützen. Für die Eiablage warten sie auf die Zeit der Springfluten. Dadurch bleiben ihre Eier bis zur nächsten Springflut sicher im Sand vergraben. Musik Wir Menschen mussten viel forschen und experimentieren, ehe wir Sekunden und Minuten genau messen konnten. Die genaue Länge von Monaten und Jahren zu bestimmen, war aber mindestens ebenso knifflig. Musik Durch die komplizierte Mechanik zwischen den Himmelskörpern erwies sich die Entwicklung von Kalendern als tückisch. Musik Einige Zeitrechnungen beruhen auf dem Mondzyklus, so wie der islamische Kalender, der aus zwölf Mondmonaten besteht, von denen jeder mit dem Aufgehen des Halbmondes beginnt. Musik Nach diesem Kalender werden religiöse Feste und Feiertage festgelegt. Andere Systeme, wie der gregorianische Kalender, der in der westlichen Welt seit 1582 verwendet wird, beruhen auf unserer alljährlichen Sonnenumrundung. Solche Kalender sind wesentlich besser auf den Jahreszeitenzyklus abgestimmt. Musik Da eine Runde um die Sonne aber die unpraktische Eigenschaft hat, ein paar Stunden mehr als 365 Tage zu dauern, wird seit Julius Cäsar alle vier Jahre ein zusätzlicher Schalttag eingefügt. Musik Leider passt er aber auch diese Regel noch nicht ganz zu den Vorgängen im Weltall. Damit der Kalender noch präziser dem astronomischen Jahr entspricht, lässt man seit Papst Gregor XIII. den Schalttag alle 100 Jahre einmal ausfallen. Musik Kalender, die den Wechsel der Jahreszeiten vorhersehbar machten, erlaubten uns, den Anbau von Feldfrüchten besser zu planen. Musik Und die Herrscher wussten dank des Kalenders immer ganz genau, wann die Steuern fällig waren. Musik Mond- und Sonnenkalender sind schwer in Einklang zu bringen. Der islamische Kalender ist um etwa elf Tage kürzer als das Sonnenjahr. Feiertage wandern deshalb durch die Jahreszeiten. Um das zu verhindern, schaltet etwa der jüdische Kalender alle paar Jahre einen zusätzlichen Monat ein. Musik Dennoch stimmen die Rhythmen von Sonne und Mond erstaunlicherweise überein. Aber nur einmal alle 19 Jahre. Musik Über diesen Zeitraum verändert sich die Position des Mondes im Verhältnis zu den Fixsternen. Aber alle 19 Jahre kehrt er auf denselben Punkt zurück und vollendet den sogenannten mettonischen Zyklus. Musik Dieser Zyklus spielt auch in der komplizierten Berechnung des Osterdatums eine Rolle, die sowohl Sonnen- als auch Mondzyklen folgt. Demnach ist Ostersonntag immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Musik In solchen Zeitspannen betrachtet verändert sich die Welt auf überraschende Weise. Musik Auf der Oberfläche dieses Bronze-Denkmals entsteht durch Feuchtigkeit eine grüne Patina. Verantwortlich dafür sind Kristalle, die sich über Jahre auf der Metalloberfläche bilden. Musik Wir können heute dieses Kristallwachstum sichtbar machen, auch wenn es 20 Jahre und mehr dauert. Musik Wir können sogar Zeugen noch grösserer Zeitspannen werden. Und das nicht nur im mikroskopischen Massstab. Musik Betrachtet man die Erde über den Verlauf von zehntausenden Jahren, werden dramatische Veränderungen erkennbar. Verantwortlich dafür ist ein Taumeln der Erdachse, das uns einen turbulenten Flug um die Sonne beschert. Musik Dieses Taumeln durchläuft einen Zyklus von 25.800 Jahren. Zugleich wandert der Neigungswinkel der Erdachse im Verlauf von 41.000 Jahren hin und her. Und diese beiden Bewegungen werden noch von einer weiteren überlagert. Die Form der Erdbahn um die Sonne verändert sich in einem Zyklus von 100.000 Jahren. Musik Zusammen führen diese Bewegungen dazu, dass zu manchen Zeiten eine Halbkugel weniger Sonnenstrahlung erhält, wodurch die Eiskappe am Pool wächst. Und dann wieder abschmelzt, wenn mehr Sonnenenergie auftrifft. Musik Diese sogenannten Milankovic-Zyklen haben die Erdgeschichte seit hunderttausenden Jahren geprägt. Eiszeiten wechselten immer wieder mit Warnperioden ab. Damit veränderten sich auch die natürlichen Lebensräume. Wälder verwandelten sich in Buschland oder in Tundra. Musik Dehnen wir unseren Beobachtungszeitraum auf mehrere Millionen Jahre aus, zeigt sich, dass die Veränderung nicht nur die Lebensräume betrifft. Auch die Kontinente sind ständig in Bewegung. Mit derselben Geschwindigkeit, wie unsere Fingernägel wachsen. Musik Die Bewegung der Erdkruste unter dem Pazifik, der grössten tektonischen Platte, erzeugt ringsum heftige geologische Aktivität. Im extremen Zeitraffer betrachtet, würde der Rand der Pazifischen Platte vor Vulkanausbrüchen glühen. Musik Aber was, wenn wir noch längere Zeiträume beobachten könnten? Wir würden Zeugen eines Spektakels intergalaktischer Grössenordnung. Musik Es braucht die leistungsfähigsten Supercomputer. Um Bewegungsabläufe dieser Komplexität zu errechnen. Beginnend in zwei Milliarden Jahren wird unsere Milchstrasse mit der Nachbargalaxie, dem Andromedanebel, zusammenstossen. Galaxien bestehen hauptsächlich aus Raum. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass einzelne Sterne kollidieren. Allerdings wird die Schwerkraft die Millionen-Sternensysteme neu ordnen. Bis nach weiteren Jahrmilliarden eine neue, gemeinsame Galaxie entstanden ist. Musik Ist damit die Grenze unserer Vorstellung von Zeit erreicht? Musik Viele Wissenschaftler erwarten, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Wenn Materie und Energie so weiträumig verteilt sind, dauert jedes Ereignis unvorstellbar lang. Musik Ein solches Universum könnte einmal sogar gänzlich verschwinden. Oder plötzlich in einen anderen Zustand übertreten. Musik Vielleicht entsteht dann daraus ein neues Universum mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten von Zeit und Raum. Musik Auch wenn die Technik uns erlaubt, die Beschränkungen unserer Zeitwahrnehmung immer weiter auszudehnen. Musik Und uns immer neue und überraschende Dimensionen der Wirklichkeit entdecken lässt. Musik 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 Zeit, sie ist nicht greifbar. Und doch hat jeder Mensch ein genaues Gespür dafür, dass sie existiert. Musik 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 Alles in unserem Leben ist vom Gefühl für Zeit bestimmt. Musik Allerdings müssen wir uns dabei engen Grenzen unterwerfen. Musik Aber was, wenn wir diese Grenzen erweitern und die Zeit manipulieren? Musik Musik Wie würde sich die Welt verändern, wenn wir die Zeit beschleunigen? Musik Wir könnten immer neue und überraschende Dimensionen der Wirklichkeit entdecken. Musik Musik Doch unsere natürlichen Sinne eignen sich dafür nicht. Erst mit Hilfe von Technik können wir sichtbar machen, was außerhalb unserer menschlichen Wahrnehmung abläuft. Dazu brauchen wir hochempfindliche Zeitlupenkameras und ausgefeilte Zeitraffer-Systeme. Musik Diese technischen Möglichkeiten erlauben uns die Schwellen der Zeit zu übertreten. Musik Dahinter eröffnet sich eine neue, fremde Realität. Musik Eine Welt, in der Ereignisse sichtbar werden, die sonst vor uns verborgen bleiben. Musik Entweder, weil sie so langsam ablaufen, dass sie uns unveränderbar scheinen. Musik Oder so schnell, dass sie im nächsten Augenblick schon lange wieder vorbei sind. Musik Seit Jahrtausenden perfektioniert der Mensch die Messung von Zeit. Musik Zu Anfang mithilfe der Sonne oder des Mondes. Musik Zeit Sie ist nicht greifbar. Und doch hat jeder Mensch ein genaues Gespür dafür, dass sie existiert. Musik Alles in unserem Leben ist vom Gefühl für Zeit bestimmt. Allerdings müssen wir uns dabei engen Grenzen unterwerfen. Musik Aber was, wenn wir diese Grenzen erweitern? Und die Zeit manipulieren? Musik Wie würde sich die Welt verändern, wenn wir die Zeit beschleunigen? Musik Und was würde sich uns eröffnen, wenn wir die Zeit abbremsen? Musik Wir könnten immer neue und überraschende Dimensionen der Wirklichkeit entdecken. Musik Doch unsere natürlichen Sinne eignen sich dafür nicht. Erst mit Hilfe von Technik können wir sichtbar machen, was außerhalb unserer menschlichen Wahrnehmung abläuft. Dazu brauchen wir hochempfindliche Zeitlupenkameras und ausgefeilte Zeitraffer-Systeme. Musik Diese technischen Möglichkeiten erlauben uns, die Schwellen der Zeit zu übertreten. Musik Dahinter eröffnet sich eine neue, fremde Realität. Musik Eine Welt, in der Ereignisse sichtbar werden, die sonst vor uns verborgen bleiben. Musik Entweder, weil sie so langsam ablaufen, dass sie uns unveränderbar scheinen. Oder so schnell, dass sie im nächsten Augenblick schon lange wieder vorbei sind. Musik Seit Jahrtausenden perfektioniert der Mensch die Messung von Zeit. Musik Zu Anfang mit Hilfe der Sonne oder des Mondes. Musik Schon unsere frühesten Vorfahren beobachteten die Gesetzmäßigkeiten der Sonnenbahn. Und sie errichteten Bauwerke, die den wandernden Schatten in eine Zeitangabe verwandelten. Musik Das funktioniert recht genau, aber nur solange die Sonne scheint. Musik Erst wetterunabhängige, mechanische Zeitmesser ermöglichten uns viele der großen Entdeckungen und Erfindungen. Diese regelmäßig tickenden Uhrwerke prägten auch unsere Vorstellung von Zeitabläufen. Musik Wir vertrauen so grundlegend auf den gleichmässigen Rhythmus der Zeit, dass wir ihm alles in unserem Leben unterwerfen. Musik Aber Zeit ist ein schwer fassbares Phänomen. Und wahrscheinlich existiert es gar nicht in der Weise, wie wir es empfinden. Musik Vor einem Jahrhundert bewies Albert Einstein, dass Zeit relativ ist. Und jeder Fussballfan würde ihm sofort beipflichten. Musik Denn die Wahrnehmung der Zeit ändert sich mit dem Spielverlauf. Musik Kaum ist der Torjubel verebbt, beginnt das Bangen, ob die Führung über das Spiel in den verbleibenden Minuten zu halten ist. Dabei vergeht die Zeit quälend langsam. Für diese Hälfte des Stadions scheint das siegreiche Ende des Spiels eine Ewigkeit entfernt. Für die andere Hälfte der Fans nähert sich das Spielende viel zu schnell. Die Zeit scheint sich beschleunigt zu haben. Und sie wird mit jeder Minute ohne Ausgleichstreffer schneller. Doch dann, plötzlich, scheint die Zeit wieder fast stehen zu bleiben. Besonders wichtige Momente dauern immer etwas länger. Musik Aber auch wenn wir Zeit manchmal als überraschend veränderlich empfinden, befindet sich in unserem Gehirn ein sehr präzises Instrument zur Messung von Zeiträumen im Sekunden- und Minutenbereich. Doch dieses Instrument gehört zu den am wenigsten erforschten Funktionen des Gehirns. Wenn wir selbst vergessen mit dem Finger vor uns hintrommeln, verfallen wir alle in etwa denselben Rhythmus. Ein Schlag etwa jede halbe Sekunde. Man könnte meinen, unser Gehirn hätte eine Art eingebautes Metronom. Verblüffenderweise existiert aber wahrscheinlich kein autonomer Schrittmacher im Gehirn, der diesen Takt vorgibt. Im Gegenteil. In den verschiedenen Arealen des Gehirns sind höchst unterschiedliche Rhythmen und Intervalle von Aktivität feststellbar. Doch ein Teil des Gehirns, das Triatum, erkennt in diesem Durcheinander offenbar wiederkehrende Muster. Und ordnet sie zu einem gemeinsamen Takt. Wie wenn ein Dirigent seine Orchestermusiker synchronisiert. Das menschliche Gehirn ist sehr gut darin, kleinste Abweichungen in Takten zu erkennen und sie mit anderen Rhythmusmustern in Beziehung zu setzen. Wenn eine Flamenco-Tänzerin und ihr Gitarrist während ihres Auftritts improvisieren, bleiben sie deshalb immer im Takt, auch wenn sich der Rhythmus ändert. Der Rhythmus, den unser Gehirn vorgibt, bestimmt auch unsere Zeitwahrnehmung. Die Umwelt wird von unseren Sinnesorganen nicht dauernd, sondern in Abständen abgetastet. Sonst würde die Informationsmenge zu gross. Diese Abtastrate hängt auch mit unserem Empfinden von Zeit zusammen. Wie oft wir Information aufnehmen, scheint sich mit dem Alter zu verändern. Die Rate, mit der wir die Welt abtasten, ist offenbar bei Kindern höher als bei Erwachsenen. Sie erleben sozusagen mehr pro Zeiteinheit. Vielleicht kommt uns auch deshalb als Kind dieselbe Zeitspanne länger vor als im Erwachsenenalter. Aber können wir unseren inneren Rhythmus verändern und damit die Wahrnehmung der Zeit? Bei fernöstlichen Kampfsportarten geschieht genau das. Die Kämpfer unterliegen einer veränderten Zeitwahrnehmung und können so besser auf die blitzartigen Bewegungen reagieren. Das ist der schnellste Schlag der Natur. Bei dieser Geschwindigkeit erreicht das Bein die 8000. Inzwischen existieren Kameras, die die Zeit noch mehr verlangsamen. Mehr als eine Million Mal. Nur so wird sichtbar, was bei extrem hohen Geschwindigkeiten vor sich geht. Im Jahr 2003 wurde das NASA Space Shuttle Programm von einer Katastrophe getroffen. Nach einer planmässig verlaufenen Mission trat die Columbia wieder in die Erdatmosphäre ein. Die Reibungsenergie ließ die Raumfähre so hell wie die Venus erstrahlen, als sie den Himmel über Nevada durchquerte. Einige Minuten später, über Texas, brach sie völlig überraschend auseinander und löste sich in verglühende Trümmer auf. Im Kontrollzentrum in Houston konnte man erst mit Verzögerung wirklich glauben, was die Instrumente anzeigten. Wie konnte das geschehen? Als die NASA-Wissenschaftler das Material einer jener Zeitlupenkameras untersuchten, die jeden Start beobachten, fiel ihnen etwas auf. Ein Stück Isoliermaterial hatte die Tragfläche getroffen. Aber konnte ein kleines Stück Schaumstoff einen solchen Schaden anrichten? Die NASA-Experten beschossen das Hitzeschildmaterial mit kleinen Schaumstoffblöcken und filmten den Vorgang mit Zeitlupenkameras. Durch die hohe Fluggeschwindigkeit des Shuttle wirkte der Schaumstoff wie ein Geschoss. Selbst Streiftreffer rissen klaffende Löcher. Die Fähigkeit, Zeit zu manipulieren, ermöglichte den NASA-Leuten die entscheidenden Bauteile des Shuttle neu zu konstruieren. Und drei Jahre später startete wieder eine Raumfähre zu einer neuen Mission. Die Fähigkeit, Zeitlupenkameras Die Fähigkeit, Zeitlupenkameras überwacht, um Defekte aufzuspüren, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Aber die Zeitlupe deckt nicht nur verborgene Schwächen auf. Sie offenbart auch die Schönheiten jenseits unserer Zeitwahrnehmung. Sie müssen eine große Zeitlupenkameras mit dem Schaumstoff, die der Standard-Leuten in den Momenten werden. Die Gitarren und die Zeitlupeskameras bis zum Schaumstoff Die Verkaufgliebe Die Verkaufgliebe Die Verkaufgliebe Leiten Untertitelung des ZDF, 2020 Doch manche Vorgänge sind sogar für unsere leistungsfähigsten Kameras zu schnell. Etwa wenn hunderte Millionen Feuerwerke in einem einzigen Augenblick stattfinden. Sie entstehen, wenn Elementarteilchen wie Protonen aufeinandergeschossen werden, um herauszufinden, woraus sie aufgebaut sind. Das Spektakel ist allerdings sehr kurzlebig. Einige der Teilchen existieren nur eine Zehntelmilliardste Sekunde. Je heftiger die Protonen aufeinandertreffen, desto spektakulärer das Ergebnis. Hier entsteht der große Hadronenbeschleuniger der Europäischen Kernforschungsorganisation CERN. Dazu wird ein 27 Kilometer langer Ringtunnel in den Fels unter der schweizerisch-französischen Grenze getrieben. Mit diesem Ring aus supraleitenden Hochleistungsmagneten können Protonen mit mehr Kraft aufeinandergeschossen werden als je zuvor. Einige Wissenschaftler glauben sogar, bei diesen Kollisionen könnten sogenannte Wurmlöcher entstehen. Kleine Tunnel in der Raumzeit, durch die Elementarteilchen theoretisch vor und zurück durch die Zeit reisen könnten. Ein Protonen braucht nur eine Zehntausendstel Sekunde, um durch den Ringtunnel zu rasen, wobei es zwischen Frankreich und der Schweiz hin und her flitzt. Wenn die Protonen aufeinanderprallen, haben sie fast Lichtgeschwindigkeit erreichen. Licht erreicht die schnellste Geschwindigkeit, die im Universum möglich ist. Nichts kann schneller sein. Oder doch? In den kleinsten Massstäben scheinen andere Gesetze zu gelten. So ist es möglich, dass ein Teilchen auf eine Seite eines Hindernisses trifft und gleichzeitig auf der anderen Seite erscheint. Kölner Wissenschaftler haben Mikrowellen durch ein 12 cm dickes Hindernis mit Überlichtgeschwindigkeit geschickt. Die Wellen übertrugen sogar Informationen. Einen Teil von Mozarts 40. Symphonie. Selbst wenn wir solche Ereignisse verlangsamen könnten, müssten wir Milliarden Jahre leben, um sie mit unserer Wahrnehmung zu beobachten. Viel in unserer Welt bleibt uns verborgen, weil es zu schnell abläuft. Während eines Liedschlags macht eine Fliege 20 Flügelschläge. Fängt dann Salamander seine Mahlzeit. Oder finden Millionen von Partikelfeuerwerken statt. Aber mit technischen Mitteln können wir auch Vorgänge sichtbar machen, die für unsere Wahrnehmung zu langsam sind. Um diese Vorgänge zu beobachten, müssen wir den Zeitablauf beschleunigen. Pflanzen besitzen wie wir eine eigene Zeitwahrnehmung. Sie erkennen die Veränderung der Tageslänge im Laufe eines Jahres. Damit bestimmen sie den Zeitpunkt der Blüte. Und einige Pflanzen blühen sogar zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Welt der Pflanzen wirkt selbst bei starker Beschleunigung. Beschaulich und langsam. Ganz im Gegensatz zu unserer. ... und trifft die Muschel mit der Wucht einer Pistolenkugel. Aber die volle Kraft entfaltet der Krebs erst mit Hilfe von Luftbläschen. Durch die hohe Geschwindigkeit entsteht ein starker Unterdruck. Bläschen bilden sich und fallen wieder in sich zusammen. Dabei wird kurzfristig extrem viel Energie frei. Das erzeugt einen Knall. Und manchmal sogar einen Blitz und macht den Schlag durch diesen sogenannten Kavitationseffekt deutlich wirkungsvoller. Zeit, derart unter die Lupe zu nehmen, eröffnet viele neue Einblicke in die Natur. Aruanas leben in südamerikanischen Flüssen und besitzen eine ungewöhnliche Jagdtechnik. Sie schwimmen knapp unter der Wasseroberfläche und halten nach Insekten, Fröschen oder Echsen Ausschau. Wenn sie etwas vielversprechendes auf einem Ast sitzen sehen, sprengen sie bis zu zwei Meter hoch aus dem Wasser mit tödlicher Treffsicherheit. Doch die Zielgenauigkeit des Schützenfisches ist nicht zu übertreffen. Auch er hat es auf Beute über der Wasseroberfläche abgesehen. Aber er erlegt sie mit einer unglaublichen Methode. Er erzeugt einen Wasserstrahl, der auf fast zwei Meter jedes Insekt trifft. Erst in hundertfacher Zeitlupe konnten Wissenschaftler beobachten, wie der Schützenfisch das genau macht. Zunächst suchte er eine gute Schussposition. Beim Zielen kalkuliert er die Lichtbrechung an der Wasseroberfläche mit ein. Die Lippen des Schützenfisches sind nicht sehr beweglich. Er muss seinen ganzen Körper auf das Ziel ausrichten. Mit Zunge und Gaumen formt er den Lauf seiner Wasserpistole. Für den nötigen Druck sorgt eine kräftige Kontraktion der Kiemenmuskeln. Seeteufel arbeiten mit dem umgekehrten Prinzip. Sie reissen ihr Maul so schnell auf, dass der entstehende Unterdruck alles im Umkreis einsaugt. Chameleons sind ebenfalls äusserst exakte und schnelle Schützen. Ihre Beute hat blitzartige Reflexe und kann sich mit einem Sprung mühelos aus der Reichweite katapultieren. Aber die Zunge des Chameleons ist schneller und damit zu schnell für reine Muskelkraft. Die Zunge besteht aus hochelastischen Fasern, die durch Muskelkraft langsam gespannt werden. Löst das Chamäleon die Spannung, schnallst die Zunge vor. Wie der Pfeil eines Bogenschützen. Aber es gibt noch flinkere Zungen, vor allem unter den Kröten. War da was? Die hundertfache Zeitlupe zeigt den Trick. Die Zunge ist ebenfalls elastisch, zusätzlich aber für den besonders prompten Einsatz ganz vorne im Maul befestigt. Laut Labortest hatte die Colorado-Kröte die schnellste Zunge der Welt. Bis vor kurzem. Jetzt trägt diesen Titel ein Salamander. Moderne Hochgeschwindigkeitsfotografie zeigt uns neue, unbekannte Facetten der Natur. Aber Wissenschaftler benutzten die Technik der Fotografie schon bald nach deren Erfindung, um die Zeit unter die Lupe zu nehmen. Einer dieser Pioniere war der Fotograf Edward Muybridge. Im Jahr 1877 versuchte Muybridge herauszufinden, ob ein galoppierendes Pferd zu irgendeinem Zeitpunkt alle vier Beine in der Luft hat. Um zu erkennen, was mit freiem Auge unsichtbar ist, benutzte er 24 hintereinander postierte Kameras, jede einen Sekundenbruchteil nach der anderen ausgelöst. Muybridge konnte so beweisen, dass ein Pferd im Galopp immer für einen kurzen Moment ganz in der Luft war. Muybridge sah seine Aufnahmen als Serie von Einzelbildern. Doch eigentlich hatte er den ersten Zeitlupenfilm der Geschichte gemacht. Nur wenige Jahre nach Muybridge's Experiment waren solche Bilderfolgen der letzte Schrei. Und alles begann mit einem Niesanfall. Ende des 19. Jahrhunderts machte Thomas Edison Fotoserien von einem niesenden Mann namens Fred Ott. Die Bilder waren für seine neueste Erfindung bestimmt, das Kinetoskop. Mit dieser Maschine konnten Einzelbilder so schnell nacheinander gezeigt werden, dass sie eine kontinuierliche Bewegung ergaben. Maschinen, die Bilder zu filmen verschmolzen, gab es schon länger. Das Zoetrop etwa wurde schon 60 Jahre zuvor erfunden. All diese Vorrichtungen machten sich die Grenzen unserer Wahrnehmung zunutze. Ab einer bestimmten Bildfrequenz können wir keine Einzelbilder mehr erkennen. Eine Fliege wäre auf diesen Trick nie hereingefallen. Aber das Publikum war fasziniert von Fred Ott's Schnupftabak-Szene. Wegen des großen Erfolgs machte Edison weitere Filme. Er fing dabei auch die letzten Momente des Wilden Westens ein. Die berühmte Kunstschützin Annie Oakley ebenso wie den Geistertanz der Sue. Und die Vorführung des ersten Filmkurses in bewegten Bildern sorgte für ziemliche Aufregung. Kameras und Projektoren entwickelten sich schnell weiter. Filme konnten bald vor größerem Publikum vorgeführt werden. Und die Kameras konnten mit immer höherer Geschwindigkeit aufnehmen, um die Zeit weiter zu dehnen. Heute brauchen Kameras keinen Film mehr. Diese Kamera erzeugt 10.000 Bilder pro Sekunde und zeichnet auf eine Computerfestplatte auf. Damit können wir die Zeit um das 400-fache verlangsamen. Edward Muybridge hätte seine Freude damit gehabt. Denn obwohl er seine Bilder nicht als Film begriff, hatte er etwas Wichtiges geleistet. Er war einer der ersten, die erkannten, dass die Manage...